Viele von uns beschäftigt der Messerangriff von Solingen weiter auf die eine oder andere Art. Diskussionen über Migration und Asyl, auch über die Frage, wie wohl fühle ich mich eigentlich unter Leuten in der Straßenbahn, im Bus oder auf einem Stadtfest zum Beispiel. Aber die Menschen in Solingen, die sind natürlich noch viel tiefer drin, näher dran, erst recht alle, die jemanden verloren haben oder die selbst verletzt wurden. Es geht heute noch mal ums Trauern in Solingen, hochoffiziell und feierlich mit Ministerpräsident, Kanzler und Bundespräsident. Genau hier sind vor einer Woche drei Menschen getötet worden. Acht weitere wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Beim 650 Jahre Stadtfest hat der mutmaßlich islamistische Terrorist hinterrücks Menschen mit einem Messer angegriffen. Die Bluttat von Solingen galt uns allen. Sie trifft unser Land, ein freundliches, ein offenes, vielfältiges Land. Sie trifft unser Land im Innersten, in seinem Kern. Zur Trauerfeier am Morgen waren kurzfristig Bürger, Angehörige und eben auch Helfer eingeladen worden. Der Staat will zeigen, dass Solingen nicht allein ist. Gerade die Ehrenamtlichen hätten mit ihrem schnellen Hilfseinsatz verhindert, dass es noch mehr Tote gegeben habe. Ich habe mir nicht vorstellen können, so etwas zu sehen und ich möchte mir nicht vorstellen, so etwas noch einmal sehen zu müssen, sagte mir eine Helferin. Ich werde diese Worte nie vergessen und auch die Tränen in den Augen dieser Helferin und anderer, die berichtet haben, nicht. Im Namen des Landes verneige ich mich voll Respekt vor dem Mut und der Menschlichkeit dieser Helferinnen und Helfer. Neben der Anteilnahme versuchten alle Redner aber auch Optimismus zu zeigen. Der Solinger Oberbürgermeister zum Beispiel sagte, dass man sich von der Angst, die Terroristen verbreiten, nicht lähmen lassen wolle. Es macht die Verlorenen nicht. Wir werden uns unserem guten Geist nicht vergiften lassen. Wenn dieser Terrorist uns alle einschüchtern wollte, dann hat er die Rechnung ohne die bergische Storchkeit gemacht und auch ohne den rheinischen Vormut. Wir werden weiterleben in Freiheit und in Freude. Kurzfristig entscheiden sich die Spitzenpolitiker zu Fuß zum Vornhof zu gehen, mitten durch die Innenstadt. Sie wollen sich insgesamt bürgernah zeigen, was Eindruck macht. Ich bin mit gemischten Gefühlen heute Morgen hierher gefahren und habe mir die Frage auch gestellt, ob das so nötig ist und wie viel Bedeutung das dem ganzen Beim ist, wie viel Aufwand das auch ist. Aber jetzt muss ich sagen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, sondern gesehen zu werden, hat da schon gut getan. Die Bürger erwarten jetzt auch Taten. Der Bundespräsident und die anderen Politiker haben den Solingern auf jeden Fall zugehört. Der Bundespräsident, der Karlsruhe Wagen und die Geractivität, der gesamte Welt ist bis zum Völ. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020